Eine attraktive Joe-Line, die richtig behandelt worden ist, zeigt zum einen ein verlängertes Gesicht, eine attraktive L-Form und ein jugendliches Aussehen und dafür wird die Behandlung hier gerade von mir durchgeführt. Die Behandlung hier wird immer von Fachärzten für plastische und ästhetische Chirurgie durchgeführt, hier in Kombination mit einem Wangenaufbau und einer Gesichtsverschmälerung. Deshalb wird man hier das Ergebnis besonders deutlich sehen, dass es eine schöne Schwungform im Gesicht auch vorhanden ist, also eine Sanduhrform im Gesicht mit leicht ausgeprägten Wangen, ein dünneres Mittelgesicht und dann eine L-förmige Joe-Line, die dann das Ganze sehr attraktiv erscheint. Man kann es hier, denke ich, gut sehen und so ein schönes Ergebnis kann man erzeugen, wenn man die Behandlung durch einen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie durchführen lässt.